Herzlich Willkommen, meine Freunde von Fettspielen, zu einem neuen Let's Play hier mit FIFA 14. Neben mir sitzt... Miriam. Ja, Miriam. Wir spielen zum ersten Mal zusammen. Und zwar spielen wir das Freundschaftsspiel, also das WM-Vorbereitungsspiel vom Sonntag. Wir haben heute Samstag, natürlich. Haben wir Samstag heute? Ja, heute ist Samstag. Und wir spielen das Vorbereitungsspiel Kamerun gegen Deutschland, oder besser gesagt, Deutschland gegen Kamerun. Ja, ich bin Deutschland und du bist Kamerun. Und ich bin Kamerun, ja. Das sind faire Verhältnisse. Ich habe aber Eto'o, ja. Das ist richtig, richtig gut. Den kenne ich sogar. Ja, das ist gut. Und ich sehe ja überhaupt nichts. Müssen wir den Bildschirm ein bisschen ranholen. Geht das so? Ja, kannst du noch ein Stück rutschen? Ja, ich hoffe, ihr hört uns alle. Wir legen jetzt einfach mal los. Ja, also meine FIFA 14 Erfahrung ist, ja, ich habe ein bisschen gespielt. Ich habe eine Playstation 14. Aber ich spiele jetzt nicht so oft. Ich auch nicht. Du spielst ja immer mit Alex, habe ich gehört, ne? Jetzt gehen wir mal hier in die Flanke rein, ja? Oh nein, weg. Da hast du richtig gehört. Da habe ich richtig gehört. Aber leider bin ich in letzter Zeit nicht mehr. Du musst jetzt eigentlich jedes Laufduell, was du hier machst... Erfolglos. Ne, jedes Laufduell gewinnst du eigentlich hier. Im Normalfall. Mit deinen Spielern. Ja, das wäre schön. Ja, das ist auch so. So, ähm... Ich habe so das doofe Gefühl, dass du trotzdem voll die Kunden schossen hast. Nein, ich habe da erst einen Ball geschossen. Ja, und jetzt hier hast du mit dem Marcel... Wir haben jetzt auch nicht groß die Wechselorgie gestartet, weil im deutschen Team eh so viele Leute verletzt sind, dass man nicht genau sagen kann, wer dann doch am Ende spielt. Einfach ein Trick. War das nächste Mal einfach nur gepasst. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, hier gegen Dennis gespielt. Ja, mit Augsburg. War das nicht mit Augsburg? Ja, da habe ich sogar gewonnen. Mit Augsburg gegen Bayern. Das war mein schönster Sieg. Neben denen gegen Johannes natürlich. Okay, das sind immer die schönsten gewesen. Ja. So, jetzt versuchen wir das doch mal. Nee, nee. Oh. Habe ich da Schuss nicht auf dem richtigen Knopf? Hat er wieder alternativ umgestellt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Ich glaube nicht. Oh, sehr schön. Jetzt kann sie gucken. Ja, nee, nee. Es dürfte stimmen. Jetzt muss ich mal kurz. Alternativ, nee, es stimmt alles. Das heißt, ich schieße auf X. Das habe ich mir angewöhnt, da ich früher Gamecube gespielt habe. Und da war Schießen auf B. Ich weiß nicht, warum. Ich kann Gamecube. Ja, das ist gut. Dann werf den Ball rein hier. Ja, wenn mal einer kommen würde. Ja, du kannst den auch rufen mit L. Echt? Ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, komm. Jetzt, jetzt kriegst du. Jetzt. Siehst du hier? Da gewinnst du. Jedes Duell, was vorne ist. Aber nur, weil die so schlecht sind. Jetzt kannst du ihn rein machen. Gibst du. Aber du lässt mich hoffentlich nicht extra gewinnen. Man kann auch verlieren bei FIFA. Extra. Mach dir mal keine Sorgen. Ich kann dir mal ein bisschen offensiver einstellen. Das finde ich nicht so toll. Dann verliere ich lieber mit Ehre. Oh je, meine. Nee, die sind halt auch lahm. So wie der Philipp lahm. Der war gut, ne? Das ist ein Wortwitz. Hä? Ja. Bis jetzt? Abseits? Nee, du kriegst eine Karte. Du hast gefault. Was? Wo hab ich denn schon wieder gefault? Oh, das ist so typisch, ey. Das Sami hat gefault. Der Sami hat ja die Champions League am Wochenende gewonnen. Mit Real Madrid. Und er hat sogar von Anfang an gespielt. Mann. Oh Gott, die sind so lahm geschnitten. Das ist unfassbar. Man merkt das richtig. Ja, klar merkt man das. Obwohl ich nicht mit deiner Mannschaft... Hier, bei der deutschen Nationalmannschaft kommen keine Pässe an. Jetzt hab ich gefault. Das war jetzt... Das gebe ich zu. Ja, das kannst du auch machen. Du musst auch ein bisschen Härte zeigen. Hier, das war auch ein Foul. Hast du gesehen? Jetzt versuche ich da mal mitzukommen. Im Normalfall müsstest du mich einfach abhängen können. Genauso wie es da läuft. Egal, Ecke. Vielleicht kann ich jetzt auch mal so ein billiges Eckballtor machen, wie Alex immer bei mir macht. Mach dir das? Ja. Also ich finde ja Eckballtor... Ja. So hat er das letzte Mal das Champions League Finale gewonnen, als wir gespielt haben. Pures Glück. Ja. Was heißt Glück? Das ist einfach nur den Kopf hinhalten. Ja, siehst du? Da kommt nämlich... Ja. Ja. Was ist jetzt hier? Wow, wow, wow. So, jetzt hat sich einer von mir verletzt. Oh, das ist wirklich aufgezeichnet. Weggefaustet. Den hatten wir letztens auch schon. So. Willst du auswechseln? Nee, nee, nee. Sicher? Ja, es war einfach nur, weil es eine krasse Situation war. Diese Pässe. So, jetzt hier. Versuchen wir es mal so. Ah. Sehr schön. Oh Gott. Hoffentlich sind die bei der WM nicht auch so. Geht's? Ja, das war schön. Das war schön. Aber irgendwie gehen die bei mir nie rein. Ich werde immer so hektisch. Nee, darfst du nicht. Oh Gott. Hast du gesehen? Perfekt gespielt, aber lahm wie Sau. Deswegen hat er jetzt auch lahm den Ball. Ja, genau. Das sehe ich schon. Das sehe ich schon. Ja, nein. Wo sind meine Leute? Könnt ihr mal bitte den Ball euch holen? Kannst du rennen, 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 rennen? Hä? Hab ich jetzt schon wieder gefault? Abseits. Abseits gefault. So, ich dachte. Doch, oder? Abseits kiefe. So, geschmol, ne? Ja, schön. Ich hab nichts gemacht. Also nichts. Wenn dann unten was. Nein, weg. Abseits. Der wäre sogar drin gewesen. Der wäre sogar drin gewesen. Lass mal laufen. Ja, aber er stand halt klein im Absatz. Dann lass ich's nicht laufen. Glück für mich. Pech. Du weißt schon, dass man auch einen Abstoß machen kann, ne? Mach ich nur immer. Der kommt aber nie an. Wow. Hartes Foul von dir. Das war von dir. Nee, von dir. Das ist gelb. Was? Ja. Da kriegt der Marco Reus gelb. Du hast mich so ausgelassen, als ob ich ihn falsch gemacht hätte. Das war nicht meine Foul. Wohin zur Hölle passt der? Müssen wir doch mal. Ach. Was ein Glück. Boah, das ist das mutig von dir. Aber gut auch. Bin mutig. Nach meiner Niederlage. Niederlagen. Ah, hast du mehrfach verloren gegeben. Hast du schon mal gewonnen? Ich kann mich immer dran erinnern, weil ich das jetzt mal gewonnen habe. Ja, dann gewinnst du heute. Mit Deutschland musst du gewinnen. Schön, wer? Boah. Das gibt gelb. Das könnte sogar rot gehen, wenn ich kann. Nee, gelb. Nee, nur gelb. Ich hab ja auch schon ein paar Mal gefoult. Das ist eigentlich gleich, ja. Jetzt machst du ein Tor, pass auf. Nein. Nein. Oh Gott. Jetzt machst du eins. Oh Mann. Oder ich. Nein. Das lasse ich nicht zu. So, wie sieht's denn hier aus? Torschüsse hattest du wahrscheinlich sogar mehr. Schüsse sieben aufs Tor. Siehst du, was ist besser? Eigentlich ausgeglichen. So, jetzt. Vielleicht bin ich aufs andere Tor besser. Könnte sein. Vielleicht sind ja meine Leute auch mal schneller irgendwann. Oh nein. Oh ja, der ist gefährlich. Ich war schon wieder im Zweikampf. Kann man das irgendwie abbrechen, weißt du? Das passiert mir so oft. Äh. Ich glaube, alle Tasten drücken oder so, dass ich das abbrechen. Das sieht mir richtig oft, dass ich immer im Zweikampf drin bin und dann einfach den Ball wegschieße. Das ist so ein Direktstück. Ich bin schon so viele Chancen verbaut, ne? Oh, weg, weg. Oh Gott. Ja. Gott sei Dank. Was macht der denn da? Der scheiß Torwart. Das war das Neue, gell? Ja. War ein Torwart-Fehler. Chupo Mutting spielt bei denen. Der ist ein Spieler von Mainz. Hast du gesehen Torwart-Fehler? Guck. Naja, den haben wir da schon noch abgewärten. Ja, aber der hätte ihn festhalten müssen. War schon okay. Ah, nee. Bin ich nicht zufrieden. Bist du nicht zufrieden mit dem Manuel? Nee. Gleich mal austauschen. Gleich austauschen. Ja. Oh, oh. Nein. Oh, Mann. Oh, der rennt wieder der Kleene rum. Oh, jetzt wollte ich ihn verrückt. Oh, was ist denn das? Jetzt könnte man... Jetzt mal abseits. Das war für den schönen Schuss. Guck mal. Dunk, ja. Oh, für drei Spieler gleich. Zack. Bringt ja nichts. Nee, bringt mir gar nichts. Schön bringt nichts. Oh, da soll der nicht sein. Schauen. Oh. Warum schießt du auch direkt? Du hättest ja noch eine Stunde... Ich sag doch, ich hab immer Angst. Du hättest noch eine Stunde lang... Nein. Warum schießt du direkt? Warum schießt er so beschissen? Hast du das gesehen? Ja, du hast auch voll aufgeladen. Den Schuss, ja. Man kann ja auch nur... Jetzt. Aha. Komm. Setz dich durch! Das geht doch nicht. Auch wenn ich hinten lieg, macht es mich irgendwie nicht so aggressiv. Nicht? Wie wenn ich gegen Alex spiele. Das ist halt wo. Ach so, ich hab ja. Ja, du. Wo ist das denn? Ich hab's getrunken. Dreckiges Foul hier. Meins. Oh, das ist rot. Was? Ich hab nichts gemacht. Ich schreibe. Ich hab's genau gesehen. Jetzt. 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 Oh! So, jetzt aber. Da schießt sie. Da schießt sie. Nee, das sollte eine Flanke werden. Eine Hereingabe. Eine Hereingabe? Ja, keine Flanke. Oh, was ist das? Eine Hereingabe? Das war nur so ein Schuss. War dann aber abseits. Nee, war sogar aus. Sollte wirklich eine Hereingabe. Ich bin mal hinten rum ein bisschen. vorgestellt habe. Diese Mannschaft. Das Spiel begleitet gleich zu Ende. Und ich lieg immer noch hinten. Zumindest ein Unentschieden muss auch drin sein. Boah. Weg, weg. Oh Gott. Dankeschön. Gut gemacht. Und zurück damit. Oh, was ist hier? Gewitter. Kopfball Gewitter. Oh ja, da sind viele Spieler von mir. Mann. Hättest du mich noch nicht einen Schritt weiterlaufen lassen können? Was ist das denn? Was ist das? Ah, Versuch, was wehrt. Ja, jetzt kommt. Ecke. Ja, du hast mal eine neue. Er ist in der Luft. Der Luft ist ja gut. Das hoffe ich aber auch für ihn. Oh. Torwart, komm raus. Bin ich mal abseits, oder? Ja, ja, ja. Aber ganz gewaltig. Aber ganz gewaltig. Du hast es doch gewusst. Warum machst du es? Ja, aber das war schon zu spät, als ich so im Schießen war. Ich mache es. Schön. Oh, was passt denn da? Sechs Minuten, Jungs. Müsst ihr euch aber mal ranhalten. Jetzt, 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 jetzt. Ja, ja. So, habe ich schon mal ein Tor gemacht. Das glaubst du aber. Da habe ich jetzt einen Abstoß mit seinem Torwart gemacht. Der ist gegen mich geflogen und ich habe einen Ball reingeschockt. Okay. Oh, da kommt die Grätsche. Jetzt langsam zu einem unfairen Spiel. Da kommt die Grätsche. Könnt ihr mal hinmachen. Unfair hier. Druck. Voran. Ah. Jetzt bin ich schon wieder hier. Zack, bumm. Falte Taste. Y-Dirbnis. Einfach der Torwart rausholen. Dann rennt der raus. Wie ein verrückter. Derbisch. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit der Flanke. Ja, jetzt steht er vor. Aber jetzt. Oh, komm schon. Eine Chance. Die Deutschen sind einfach. Ne, ist noch nicht zu Ende. Hast du? Was jetzt? Du hast noch einen Feuerstoß. Ah, cool. Jetzt kannst du rein schießen. Ja. Schieß rein. Ah, jetzt ist es zu Ende. Oh, Mann. Ich glaube, Alex hätte nicht mit Kamerun 1-0 nicht gespielt. Aber es sah sehr gut aus. Hat Spaß gemacht, ja. War jetzt auch nicht so überragend von mir. War jetzt nichts Neues für mich. Keine Erfahrung. Wir müssen mal ein paar Tricks üben. Gut. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter, ne? Dann hoffen wir mal, dass die deutsche Nationalmannschaft sich besser schlägt am Sonntag. Und wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. Sonst macht euch einen schönen Tag. Bye, bye. Und viel Spaß beim Fußball gucken.